Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar, keinen einzigen. Wir sind da. Wir lang. Was machen wir, wenn Sie die Wachen wechsle? Das sehen wir, wenn's soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach so nennst du das. Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Da. Was hab ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay. Und den hier nehm ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenn den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Wir sehen uns später. Kannst kaum erwarten. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Das beste Gefühl, was ich je hatte. Weißt du? Wie in alten Zeiten, oder? Ja. Wann waren die noch gleich? Warte mal. Das war nur Joke, Flynn, Alter. Errol Flynn kennst du jetzt auch, Pirat. Los geht's. Danke. Fast da. Bist du bereit? Ohne Fleiß, kein Preis. Auf geht's. Alles klar. Greif mal die Leiter da oben. Okay, okay. Okay, okay. Boah, smoother Roller, mein Freund Flynn. Smooth. Nee, nicht ganz, aber ich kann sie erreichen. Okay, hier geht's zum Hof. Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut nur. Okay. Hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du's ja. Ich krieg das hin. Warum auch immer das Ventil auf der falschen Seite ist. Warum auch immer das Ventil auf der Seite ist, wo du nicht drankommst, um es abzuschalten. Naja. Architekten halt, ne? Und wir haben den ersten Tod in Uncharted 2 Among Thieves. Willkommen, herzlich willkommen bei. The Firestorm LP, der... der Kunst des, äh... sinnlosen Sterbens in Videospielen. Nur hier kann man das lernen. Tutorials, etc. Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin doch hier, oder? Abgeschlossen. Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment. Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht da. Ah, klasse. Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Es muss hier irgendwo sein. Erster Schatz, meine lieben Freunde. Hier ist der Verteilerkasten. Und den Schalter um. So, das sollte gehen. Gut, wir sind drin. Sehr gut. Flynn. Mist. Den nehme ich. Da ist der Turm. Ja. Aber wir müssen übers Dach. Und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Turm da drüben. Okay, dann los. und dann los. Alles klar, wir klettern wieder ein bisschen. Träumschön. Alter, Fynn, was soll das denn für eine Faust? Ich gehe rechts, du links. Ich gehe rechts, du links. Sehr schön, Fynn. Sehr schön, Fynn. Das war's, ne? Ja. Okay, wenn wir das anheben, können wir drunter durchkriechen. Hey, hey, nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na, toll. Übernimmst du das? Warte. So. Da, verlaufen. Hoch und hoch. Sehr professionell auch. Einfach direkt daneben den Schalter zu machen. Ist aus. Und hochheben. Eins, zwei, drei. Los. Hast du's? Ja. Schnell. Okay, okay, los. Wir müssen über den Hof um aufs Dach zu kommen. Okay. Ich lasse dich mal die Drecksarbeit machen. Genau. Geht zum Wohnen. Ich will zu Hause gehen. Boah, Jungs, ey. Boah, Jungs. Okay, cool. Hey Jungs. See you, Jungs. You heard the ship. You heard the ship. You heard the ship? Yes, you heard the ship. Bare no intern? You heard that ship. Hey Jungs. Mist. Irgendwas habe ich wieder. Sehr schön. Mist. Wie? Geh zum Brunnen. 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 Da macht er immer die gleiche Bewegung. Geh zum Brunnen. 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 Geh zum Brunnen.